Herzlich Willkommen zum zweiten Equipment-Test von KNOPP. Heute Besen. Es gibt eine Spezies, die streichelt Ihr Schlagzeug. Macht aber irgendwie keinen Sinn. Kralle, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Schönen guten Tag erstmal. Wir haben uns dieses Instrument einer langen Prüfung erzogen. Wir fragten uns erst, was soll, aber dann hatten wir eine Lösung gefunden. Des Weiteren übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Abrissbirne, der zeigt Ihnen eine weitere Lösung, die wir gefunden haben. Joa, äh, äh, mach die Haare schön. Super. Ja, also, in diesem Sinne, die Dinger können weg. Prost. 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 Pr